Die Sendung wurde live untertitelt. Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalist. Ich glaube, ich spiele einfach gerne den Samariter. Agent Norman Jaden, FBI. Was wissen Sie? Ethan Moss hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Er fühlt sich verantwortlich. Nach einer unserer üblichen Sitzungen fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer. Setz jeden verfügbaren Mann auf Ethan Moss an, damit er kapiert, dass wir es wissen. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Dass Mars unschuldig ist. Ich kann's beweisen. Ich kann's beweisen. Ich kann's beweisen. Ich kann's beweisen. Untertitelung des ZDF, 2020